Die Familie ist extrem wichtig. Es ist ja wichtig, dass die Tradition weitergeht. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder wieder nachkommen und denen das gezeigt wird und dass die einfach spüren, du musst den Weg vorausgehen, du musst es mit einer Freude machen und dann werden sie auch den Weg weitergehen.